Weltumwerfende Neuigkeiten hält dieses Video nicht parat, so viel sei mal vorweggeschickt. Trotzdem, eine nette Spielerei, die ich nicht vorenthalten möchte. Wer iOS Sounds aus Ups oder aus Spielen ganz toll findet und die gerne als Klingelton hätte oder als SMS-Ton oder als Kalenderhinweis, der kann die sich aus den jeweiligen iTunes-Downloads holen. Die jeweiligen IPA-Dateien lassen sich in ZIP-Dateien umbenennen und dann extrahieren und dann lässt sich in den Content reinschauen und dort liegen dann in vielen Fällen die Sounds, die die jeweilige App von sich gibt. Eine nette Spielerei, um das Gerät so ein bisschen zu personalisieren. Wer zu viel Zeit hat, findet da sicherlich seine Freude. So klingt das Ganze beispielsweise für Corona Trigger. Mein Screencast hier zeigt natürlich nur einen exemplarischen Weg auf, wie man mit diesen Dateien umgehen kann. Es gibt hunderte von anderen Programmen, die Sounddateien auseinander und wieder zusammenschneiden und konvertieren. GarageBand wäre beispielsweise eine andere naheliegende Lösung, um Klingeltonne zu erstellen, die dann nach iTunes reinimportiert werden und dann später aufs Gerät raussynchronisiert werden. Unnötig zu erwähnen, dass das alles nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist, aber wer sein Gerät auf diese Art und Weise mit so einem kleinen persönlichen Touch versehen möchte und Klingeltöne sind ja gern genommen für sowas, der findet hier eine Möglichkeit, iOS-Sounds und Musik aus Software und Apps als Klingeltöne für iPhone, iPad, iPod Touch weiterzuverwenden.